Nein, wir haben die Ingrid gefunden. Ja, was hat die für große bei den Eislaufschulen? Keine Ahnung. Horst, ich wollte das fotografieren. Ja, nicht mich jetzt fotografieren. Habe ich da den Popo drauf? Nein. Ah, ah, das ist ja eine schlechte Idee, Kinder. Ah, so, ah ja. Jöö, ich hab gesagt, du solltest klemmen. Ich klemmen, ja, das ist ja auch gut. Das sind so toll, die Luftblasen und die Blumen. Du siehst das nochmal. Das ist eigentlich. Ja, so. Das sind Blumen, aber du freust dich nie drüber. Ich hab Höhenangst.